Servus und Hallo, weiter geht's mit einer gemütlichen Runde so, allmählich kann man so ein paar kleine Fallen, das Spiel wird nur ganz grausam Wie gesagt, ich bin nicht so ehrgeizig wie unser Ausraster, ich brauche nicht überall Abfluss Ziel ist Level schaffen Ah, unrichtlich, praktisch, ein bisschen, schon vorbei Okay Jeder der sich jetzt denkt, äh langweilig, der holt sich nie Abfluss und so Gut, dann, ups, müsst ihr dieses Video hier nicht ansehen Aber es hat halt spannend ausgesehen Dann wollte ich das selber mal spielen Dann hat man es jetzt relativ günstig geholt gespielt Und abfluss ist, da bin ich raus Ja, natürlich So Hey, es bewegt sich noch was Und natürlich ist die Herausforderung des Spiels dieses Teil in Abfluss zu schaffen Aber Ich weiß, dass ich da zu schlecht bin Man, es ist, ich spiele ja das tatsächlich nicht ernsthaft So Ja, warum springst du jetzt nicht? Nein, wir sind nicht mehr. Ja, wir sind nicht mehr. Bist du immer noch? Ja, wir haben noch einen. Er reagiert manchmal echt scheiße. So. Ja, komm. So. Jeder, der sich jetzt denkt, höh, langweilig gespielt. Nö. Jetzt schon. Wer die Herausforderung sucht, macht das wie der Ausraster und gebt euch Abschluss. In jedem Level. Der Streber, der. Echt jetzt. Natürlich zu langsam. Natürlich. Natürlich. Ich muss einmal in die Steuerung reinfinden. Ich muss einmal in die Steuerung reinfinden. Ich muss einmal in die Steuerung reinfinden. Ich muss einmal in die Steuerung reinigen. Vielen Dank.